Ein Ford S-Max mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen silbernen fünftürigen Bindplatz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 163 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köbler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Bitches Ständig 2000 Ford Bester 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 B estar Best Bars Bis zum nächsten Mal.